Die Sache funktionierte auch ein halbes Jahr lang ganz gut und eines Tages kam aber die Staatspolizei hier an und ließ sich auch vom Autobahn nicht belabern und auch nicht ablenken, haben gezielt rein, waren gezielt die Tür hier auf und preschten da in das Zimmer und holten die Leute raus. Und so wie ich Ihnen das erzähle, denken Sie schon genau, was Zutrifft verraten. Die wussten, was los ist und wir wissen sogar ganz genau, was passiert war. Nämlich der Herr, der war auf den Hof gegangen, weil auf den Hof, der hat so ein Grossist für Arzneimittel war eine Firma. Er hat nicht zu viel erzählt und nicht geahnt, dass der inzwischen ein Spitzel von der Gestapo geworden war und zwei Tage später kamen die dann hier an und haben... Die Er hat sich die Karte an. Wie die Kirche. Sie haben die Karte. Hier sind die Karte. Hier sind die Karte. Der Karte ist sehr großartig. Hier sind die Karte. Das war die Karte. Ja, nur sehen Sie ja hier an den Wänden, dass hier uns doch mal da eigentlich auf achtet, dass hier gar nichts verändert wird, außer, Sie sehen ja die Wand da hinten, die ist neu gekünscht worden, da wusste das sein. Man hat eigentlich nur die Tablette abgelöst hier und ansonsten alles so gelassen, wie man vorgefunden hat. Während der DDR-Zeit war hier im Wesentlichen auch nur so, auch die Flüchtlinge nebenan, waren ja zum Teil Lagerhorme. Das Foto hängt hier so wunderbar, das zeigt mir genau den Blick. Damals, und wenn man rein, aufschubt, heute, das kann man an den Innenstadt und an der Torhüter hat, das muss man erkennen, dass das genau derselbe Blick, nachdem Sie sagen, heute ist. Wir sehen uns hier im Bücher, das ist die Mitbevgev, also die Mitbevgev, also die Mitbevgev, also die Mitbevgev. Wir sehen uns hier, wie der Hechtler, hinterher in die Mitbevgev. Das ist die Hüttler, das ist die Hüttler sehr großartig. Wir haben Angst, dass die Hüttler sagen, dass die Hüttler nicht so gut ist. Sie schreiben, dass die Hüttler nicht so gut ist. und das ist natürlich eine solche Botehade, diese Möten ist comma oat, natürlich nicht konnte es zu sprechen, aber nur, wie ich sage es sagen kann, denn hier ist ein Eiheude aus dem B resumeigte an, weil wir einmal die Bölmönen nicht kennen können, die haben in diesem Möten gültig sein können, weil dieser Möten, der pelvic handelt ist, der dort draussen, den wir hier erinneren, ist er im Möten. Wir machen die Aufmerksamkeit, die wir hier machen wollen. Und in die im Video, die wir machen wollen, ist es die Wohnung. Das war die die Wohnung, die in es ist das die Wohnung. Das ist ein Möbel. Und das ist die Wohnung. Und diese Wohnung von diesem Möbel. Natürlich ist der Möbel, aber Es ist ein kleiner Ort, aber es ist ein kleiner Ort, aber es ist ein kleiner Ort, aber nicht ein kleiner Ort. Und das ist auch das Bild. Ein Mensch war ein Doktor für den Yehudi in Berlin, Das ist die die Karte hat eine Karte für die 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 Hier haben wir eine große Herausforderung mit ihnen mit ihnen geschehen. Diese Bilder sind sehr gut aus. Diese ist auch für diejenigen, weil sie hier diejenigen sind. Das ist eine große Herausforderung, weil sie hier diejenigen sind, wie sie mit ihnen haben. Hier gibt es die Fischung und die Fischung der Fischung. Die Fischung sind über 30 Jahre alt. Das ist ein Kunde. Das ist nicht ein Kunde. Ich weiß nicht, was ich habe. Aber ich habe es gesehen. Das ist nicht so. Natürlich war der Mann hier, aber jetzt ist er ein Kunde. Ich habe ihn sehr verstanden. Ich habe ihn sehr verstanden. Er hat er sehr verstanden. Vielen Dank für's Zuschauen und ich wünsche euch die Folge. Die Folge ist sehr kassierig, aber es ist sehr sicher, wie die Yahudi sind in Berlin und in Deutschland. Zum Beispiel, jetzt hat er überhaupt kein Quartier, wo sie hingehen konnten, während der Untergrund und Fluchtzeit. Zum Beispiel haben die sich eine Zeit lang dann nachts im Wartesaal vom Anhalter Bahnhof aufhalten. Immer die Gefahrkontrollen und so. So Wartesaal vom Bahnhof, das ist jetzt nicht ideal, weiß Gott nicht. Und dann hatten die eine Zeit lang Folgendes gefunden. Die haben die Nächte verbracht in den Umkleidekabinen eines Schönbarts, eines Freibarts. Und zwar hier, wenn man Oranienburg fährt, Lenitz. Da ist ein Freibart, so ein Sommerfreibart. Und da sind die immer nachts über den Zaun und dann sind die Umkleidekabinen nachts zum Schlaf genommen. Auch schlimm, wenn man nichts anderes hat, wo man hin kann. Aber eine Zeit lang hat eine Frau sie in ihrer Wohnung versteckt, Hedwig Porsches, die in ihrer Einzimmerwohnung vier jüdische Frauen versteckt hat. In ihrer Einzimmerwohnung hat die vier verfolgten Frauen Obdach gegeben. Und das Dreieste war, ich sag das Mutige und Kecke, war vis-a-vis vom größten Polizeipräsidium Europas damals. Hier verlassen diejenigen von stärken und behaupten dessen Einzimmerwohnung vor der Geburt. Das ist natürlich aussah Docs und die Beobse. Das ist also hier mit einem Jähenwohnung. Jetzt, ihre Beobse sind, diese Musik und hier. Die Beobse des Unterne mieux sind. Diese Kassen sind die Kassenkunde, die ich hier untertitelte. Hier geht es. Wenn Sie die die Kassenkassen haben, dann ist es noch kein Kassenkassen. Sie leben hier, kein Essen, kein Essen. Sie leben hier im Bereich von den Juhl. Sie leben hier. Sie leben hier, wenn sie nicht arbeiten, sie versuchen hier. Sie arbeiten hier bei den Schwerden. Sie kommen hier in den nächsten Wochen. Sie bleiben hier. Sie bleiben hier. Sie bleiben nicht so weit. Sie bleiben nicht so weit. Wir haben hier in den Irak. Aber Sie sehen hier etwas sehr, was sie haben. Sie haben hier in Bermania. Sie sind in Berlin. Sie sind hier in Berlin. Sie sind hier in Berlin. Sie haben hier ein Schöhn. Hier haben wir den Hitler. Wir haben einen einen kleinen Beiz. Wir haben einen kleinen Beiz. Aber der Beiz, das ist der Hezler, der es der Beiz, der Hitler hat sich bei. Er hat ihn in dem anderen Situation. Das ist der Fest. Er hat sich nicht mehr verändert. Er hat sich nicht mehr verändert. Er hat sich nicht mehr verändert. Der Binnen ist sehr, 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 so schnell aus dem Tag. Es ist nicht mehr verändert. und das ist die GQI von der GQI. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen die Videobeschichte.